Wir hatten in einem anderen Video bereits gesprochen, dass man die Zellen, die auf einer Basalmembran und einer Öffnung zugewandten Seite sitzen, als sogenanntes Epithel bezeichnet. Und das ist deswegen besonders wichtig, weil man Krebs, der aus diesen Epithelzellen hervorgeht, generell als Karzinome bezeichnet. Und leider ist es damit noch nicht genug. Vielleicht wurden Sie schon konfrontiert mit Begriffen wie Plattenepithelkarzinom oder womöglich Adenokarzinom. Die Unterschiede dieser beiden Hauptkarzinomarten gucken wir uns in diesem Video jetzt an. Wir haben also die Basalmembran und stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt ganz flache, eng beieinander liegende Zellen auf dieser Basalmembran als Epithel. Das kann man sich figurativ auch ein wenig so vorstellen wie dieses Bild hier, dass wir Kacheln im Bad zum Beispiel haben, die ganz flach auf dem Untergrund aufliegen, in dem Fall auf der Basalmembran aufliegen. Und aufgrund dieser Form werden die im Allgemeinen als Plattenepithel bezeichnet. Nun ist es einmal so, dass das Epithel durchaus verschiedenste Formen annehmen kann. Hier dargestellt, ganz links, oben und unten, das einschichtige Plattenepithel und das mehrschichtige Plattenepithel. Das heißt, es sieht eher so aus. Man hat also mehrere Plattenepithelzellen übereinander sitzen, mehrschichtig. Und Sie sehen an der Oberfläche hier wieder in blau gehalten das Epithel. Aber das ist natürlich nicht das einzige Epithel. Auch der Rest des Gewebes ist Plattenepithel. Das wird noch ganz besonders wichtig, wenn wir uns später mal die Onkoviren angucken, dass zum Beispiel das humane Papillomavirus nur in der Lage ist, die Epithelzellen, die direkt dem Basalmembran aufsitzen, zu infizieren. Und dann sehen Sie da ja noch was Rotes. Das habe ich mal hier gezeichnet. Das Rote, was Sie hier sehen, das sind Zellen, die spezialisiert sind, etwas Chemisches, ganz weit etwas Chemisches herzustellen und auch abzugeben und dann über den epithelialen Gang nach außen zu bringen. Und das kann entweder aufs eigene Organ bezogen sein, dann sprechen wir von einer Exokrinenfunktion. Das kann aber auch direkt in die Blutbahn gehen, wie zum Beispiel bei den Hormonen, dann sprechen wir von Endokrinenfunktionen. Und hier haben wir es ganz klar mit den Drüsen im Körper zu tun. Das sind also diese beiden Hauptkarzinomarten, die oft unterschieden werden. Wir haben auf der einen Seite und hier blau dargestellt das Plattenepithelkarzinom, auf der anderen Seite das rot dargestellte Adenokarzinom. Adeno ist die Bezeichnung für eine Drüse. Und das Plattenepithelkarzinom wird ferner noch unterschieden, ob es sogenannt verhornen kann. Also ob es der Epithelschicht noch eine festere, in Anführungszeichen, Schicht an Hornmaterial aufsetzen kann. Das kann im menschlichen Körper eigentlich nur die Haut als Organ, die es verhornt. Aber Karzinomarten können das auch für andere Epithelien herstellen, dass es da auch verhornende Plattenepithelkarzinome geben kann. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen anguckt, wozu gibt es denn die eigentlichen Epithelien so? Dann sieht man, glaube ich, relativ schnell, dass die Plattenepithelien in erster Linie eine mechanische Funktion haben. Oft wird da von der Schutzfunktion gesprochen, aber auch so Sachen wie Oberflächenspannung und ähnliches. Dafür sind die Plattenepithelien ganz wichtig. Bei den Drüsenfunktionen haben wir es mit chemischen Funktionen zu tun. Da wird wirklich eine Substanz hergestellt, die entweder dem eigenen Schutz, eigenem Organschutz dient oder eben ins Blut abgegeben wird und andere Organe erreichen kann. Das heißt, wenn wir jetzt von diesen beiden Arten sprechen, müssen wir uns ein bisschen vorstellen, wo denn was mehr benötigt ist. Und mechanisch ist, glaube ich, ganz klar, ist überall da, wo es Kontakt zur Umwelt gibt. Also ganz klar in der Haut, ganz klar in den Körperöffnungen, also im Mund, auch im Rachenbereich, auch im oberen Teil der Speiseröhre. Natürlich auch im Enddarmbereich oder in den Genitalien. Hier haben wir von Natur aus sozusagen mehr Plattenepithel als Drüsenepithel. Dementsprechend finden wir hier auch relativ häufig Plattenepithelkarzinome. Und chemisch, die Adenokarzinome, die sind natürlich überall da, wo es in irgendeiner Form zu einem Austausch kommt. Sei es in der Lunge, sei es im unteren Teil der Speiseröhre, beziehungsweise im Magen, sei es natürlich auch im Dickdarmbereich. Also es ist natürlich nur eine Faustregel. Das ist jetzt nicht ganz hart. In jedem Organ kommen beide Epithelien vor. Die Verteilung gibt uns nur so ein bisschen Aufschluss, wo was eher zu erwarten wäre. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum? Wo ist denn das Problem, dass wir auf der einen Seite diese Plattenepithelialen Karzinome haben, auf der anderen Seite die Adenokarzinome haben? Das sind doch trotzdem jeweils die gleichen Organe, die da betroffen sein können. Wo ist denn da der Unterschied? Und das hat schon von seinem Wachstumsmuster ganz entscheidende Unterschiede. Nehmen wir mal hier an, wir haben zwei Patienten. Ein Patient mit einem Plattenepithelkarzinom, ein Patient mit einem Adenokarzinom in der Lunge. Und jetzt ist es so, als Faustregel wiederum, dass Plattenepithelkarzinome dazu neigen, lokal zu wachsen und lokal große Ausmaße zu erreichen, in Anführungszeichen, bevor sie metastasieren. Das heißt, das typische Bild eines Plattenepithelkarzinoms, nehmen wir das Beispiel Lunge, wäre jetzt ein relativ großer Hemarius ohne größere Metastasen oder Absiedlungen in anderen Organen. Beim Adenokarzinom ist das anders. Das neigt relativ früh dazu, zu metastasieren. Das heißt, hier erwarten wir gar nicht die großen mehrzentimetrigen Durchmesser an Tumorarten, sondern hier kann es sein, dass der Primarius zwei bis drei Zentimeter groß ist, aber man in der Zwischenzeit schon eine sieben Zentimeter große Nebennierenmetastase gebildet hat. Also die Unterschiede, rein klinisch und rein als Faustregel, ist, Plattenepithelkarzinom kann lokal sehr groß werden. Das hat natürlich auch eine klinische Relevanz. Das heißt, dass da wirklich der Wachstum des Haupttumors die klinischen Beschwerden machen kann. Während wir beim Adenokarzinom es eher so haben, dass das besonders früh metastasieren kann. Und hier haben wir den Effekt, dass in solchen Fällen sehr oft die Metastasen an sich den Krankheitswert ausmachen. Und auch zur Therapie, ganz wichtiger Aspekt, es ist so, ich bleibe jetzt bewusst beim Beispiel Lungenkrebs, aber auch das zieht sich wieder für andere Entitäten durch. Wir haben bei den Plattenepithelien verhältnismäßig wenig Treibermutationen, die wir therapeutisch besonders gut angehen können. Während die für uns am häufigsten oder bekanntesten vorkommende Treibermutationen, die wir so kennen, eher in Adenokarzinomen zu finden sind. Man muss dazu sagen, das wird jetzt hier nicht nochmal dargestellt, dass das für die Immuntherapie natürlich ein bisschen anders ist. Wir haben die Immuntherapie ja letztlich dem Melanom und dem Plattenepithelkarzinom der Lunge zu verdanken. Das waren so die ersten Entitäten, wo die Wirksamkeit dargestellt werden konnte. Also das hat nicht malsehen. Ciao!